Meine Damen und Herren, keine Sorge, es gibt viele schöne neue Serien, ich glaube Game of Thrones geht wieder los im Juli, Fargo läuft zur Zeit, also wenn Sie im Sommer, keine Ahnung, sich davor drücken möchten mit Ihren Freunden in den Urlaub zu fahren, Sie können auch andere Sachen gucken. Ralf, du bist, du zum Beispiel bist im totalen Twin Peaks Fieber, oder? Ja, das stimmt, ja. Verstehe, und sonst, alles gut so weit, Ralf? Alles super. Ja, da ist ja auch in Berlin ganz schön was los zur Zeit bei der SPD, oder? Ja. Wie heißt denn nochmal der neue Power-Generalsekretär der Sozialdemokraten hier, wie heißt denn nochmal? Hubertus Heil. Wie? Hubertus Heil hieß sein Name. Ah, und der kämpft natürlich jetzt für ein großes Ziel, ne? Genau. Welches Ziel nochmal? Martin Schulz für Bundeskanzler. Was will der Schulz werden? Bundeskanzler. Weil er die Sprache der einfachen Menschen spricht? Ha, 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 richtig, ja. Danke für deine politische Analyse, äh, Ralf, dann trink doch erstmal einen Schluck. Braus. Danke, danke.